Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 5000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Finsufix, Kindersitzbefestigung, Dachrailing, Einparkhilfe, Startstopp-Automatik und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 101 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 14.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis